fangen wir an wir brauchen nicht mut um uns zu verlieben sondern in der liebe ist eigentlich mut und das klingt vielleicht sehr philosophisch aber wir dürfen uns erlauben mutig zu sein uns mutig zu zeigen um uns zu verlieben hallo schön dass ihr dabei seid bei fangen wir an ideen für ein besseres morgen ich bin christina deininger und heute sprechen wir darüber wie wir echte liebe finden genau gesagt geht es heute ums daten und zwar ums smart daten denn daten tindern oder ein profil bei parship hochladen ja das ist erst mal leicht ein gutes match finden das ist schon ein bisschen schwieriger woran das liegt und wie man da wirklich smarter werden kann das verrät uns unsere heutige expertin dr charon brehm sie ist paartherapeutin und speakerin außerdem co-host des beziehungs podcast hello lovers und sie hat aktuell ein buch mit dem titel smart loving rausgebracht ein ratgeber der euch beim daten unterstützen kann und gleichzeitig hilft euch selber besser kennenzulernen ich freue mich auf ein spannendes gespräch über den anfang der liebe und habe jetzt ein date mit charon brehm willkommen bei fangen wir an dankeschön christina ich freue mich so dass ich da sein darf ich muss ja sagen eigentlich dr charon brehm und deine doktorarbeit hast du ja auch der liebe gewidmet und sagst das fazit daraus ist liebe ist eine fähigkeit jetzt meine frage hat diese fähigkeit jeder und wenn nicht kann sie jeder erlangen also aus meiner erfahrung hat jeder die fähigkeit jeder hat die möglichkeit liebe zu lernen liebe ist vielleicht nicht eine ganz einfache sache etwas wo ich einen kurs mache und dann habe ich das in anführungsstrichen geschafft wäre schön liebe ist eher was komplexes und wenn wir zum beispiel an essen zu bereiten denken dann geht es von was kaufe ich ein über was dass ich mir überlege was koche ich denn wie über wie schneide ich die sachen und wenn man sich vorstellt ein kochen ist schon so eine komplexe eigenschaft dann ist es total verständlich das leben natürlich noch ein wenig komplexer ist und zu dem zweiten teil deiner frage ja ich glaube auch dass man das also wie gesagt man kann das lernen was spannend ist auch wir kinder werden zum beispiel mit empathie geboren das haben das erleben manche eltern vielleicht dass wenn ein kind weint das nächste kind auch weint weil die meisten kinder also noch oder säuglinge in dem alter noch nicht unterscheiden können ist das mein schmerz oder ist das dein schmerz und im laufe unseres lebens ist natürlich auch wichtig dass wir uns abgrenzen können dass wir auch sagen können was sind unsere meine gefühle was sind deine gefühle und irgendwann kommt der moment wo wir uns so sehr schützen dass wir vielleicht gar nicht mehr bereit sind uns immer zu öffnen oder wir haben es vielleicht auch gar nicht gelernt wir haben von unseren eltern nicht gelernt wie man schreitet und wir lernen auch nicht in der schule was erotik bedeutet oder was der unterschied zwischen erotik und sex ist und das sind sachen die sind aber für eine ich sag mal erfüllende beziehung wichtig dafür gibt es dann coaches und paar therapeutinnen wie dich und es ist schon ganz interessant dass du gerade auch angesprochen hast dass wir als kinder schon ganz anders auf unsere umwelt reagieren als dann als erwachsene soll ja heute ums daten gehen und eine beziehung zu anderen menschen aufzubauen was was andauert eine beziehung die andauert und du sagst ja da geht es gar nicht darum wie ich selber bin oder wie die individuellen eigentlich zusammenpassen sondern es geht um die dynamik wie die menschen miteinander agieren was was heißt denn das super gut dass du es direkt ansprichst ich weiß nicht ob es dir vielleicht auch so ging aber ich bin lange durchs leben gelaufen und dachte oh wenn die beziehung nicht klappt dann muss das an mir liegen dann bin ich zum beispiel zu fordernd oder ich bin zu kühl oder ich bin zu bunt oder ich bin zu dünn ich bin zu dick ich bin nicht zu nicht perfekt genug und diese dieses verständnis oder diese erkenntnis besser gesagt dass das gar nicht an mir als person liegt sondern eher an der dynamik hat so etwas friedliches für mich und was ich mit dynamik meine wir alle haben bestimmte bilder von beziehungen gelernt und wir haben auch gelernt wann bedeutet es oder wann bin ich sicher in einer beziehung und beziehungsweise was mache ich wenn ich mich unsicher fühle und manchmal kann es sein dass die sachen die ich brauche aber die art und weise wie ich sachen einfordere bei der anderen person ein gefühl von dass er drückt mich auslöst und dann zieht die person sich zurück aber umso mehr die andere person sich zurückzieht umso mehr entsteht vielleicht bei mir das gefühl von oh gott habe ich was falsch gemacht und fange noch mehr an zu klammern oder will noch mehr darüber reden was ich falsch gemacht habe und aber umso mehr ich dann nachfrage umso mehr zieht sich die andere person zurück und heine also weder ich in dem beispiel zum also im fiktiven beispiel noch die andere person ist tatsächlich falsch da sind einfach bedürfnisse da sind ängste und glaubenssätze die sich dann in unserem zusammenspiel verstärken aber da ist es ja dann schon ein bisschen liegt es ja schon an mir ich muss also gerade in deinem buch beschreibst du es ja auch mich erst mal selber kennenlernen und mich selber lieben unsere emotionen prägen uns unsere erfahrung stichwort viel to heal it das fand ich so einen schönen satz den du da schreibst was bedeutet das also du hast vollkommen recht wir fangen auch erst mal bei uns an und das ist ja auch das schöne wir können die dynamik in der wir in einer beziehung sind natürlich auch dadurch beeinflussen dass wir für unser verhalten verantwortung übernehmen und manchmal ganz oft haben wir emotionen die uns durch den alltag begleiten manchmal sind wir uns dieser emotionen bewusst und manchmal versuchen wir uns diese emotionen wegzuschieben ich glaube ganz viele von uns haben gelernt dass zum beispiel wut nicht erlaubt ist gerade frauen haben gelernt wut darf nicht sein das macht uns aggressiv das macht uns zu einem monster und dann sucht sich die emotionen aber einen anderen ausweg und weil wir immer so nicht runterdrücken kann die sind wie emotionen sind wie so bälle die wir versuchen unter luft zu drücken und dann kommen sie woanders hoch das heißt wenn ich eine emotion der einen guten platz geben will wenn ich möchte dass mich meine wut in dem fall nicht weiter beeinträchtigt dann geht es darum sie zu fühlen denn vielleicht kann ich das noch mitgeben jede emotion hat ja erst mal einen positiven ich sag mal eine positive intention einen positiven grund warum sie für mich da ist ist ja meine emotion die will mir nichts schlechtes die will eigentlich dass ich möglichst sicher und möglichst gut durchs leben komme und wenn ich mich da zur emotion hinbegebe wenn ich schaue was will die für mich warum ist die da anstatt sie wegzuschieben löste sich meistens von ganz alleine auf ja und beschreibst du ja auch so schön wie ich mit der emotion umgehe das ist ja auch entscheidend du vergleichst das und das finde ich ganz toll mit einer playlist mit unserer lieblingsmusik und wie ich dazu tanze das entscheide ich selber ja total schön dass du meine metapher noch mal raus bringst weil es tatsächlich so ist wie alle und das kennst du vielleicht wenn man läuft dann durch die straßen und dann hat man seine musik und plötzlich ist die musik also die welt irgendwie superschön oder sie ist melodramatisch oder sie ist total energiegeladen aber es passiert auch zum großen teil bei mir und ob ich dann aber wirklich so energiegeladen durch die welt laufe oder wirklich ganz melancholisch weine weil die welt mir gerade so traurig vorkommt das ist etwas da kann ich eine entscheidung fällen da habe ich einfluss drauf da bin ich meine emotion nicht komplett ausgeliefert oft hat man ja aber auch ein bisschen angst die emotionen zu zeigen oder sich so zu zeigen wie man ist stichwort scham stichwort ich habe makel aber da sagst du ja die scham verbindet uns ja alle und das ist ja eigentlich auch was schönes total ich glaube wir alle also wir alle haben erst mal gelernt dass scham ein kontrollmechanismus ist etwas mit dem andere menschen vielleicht unsere eltern die menschen die auf uns aufgepasst haben in der schule und versuchte man ein bestimmtes muster zu pressen und das deswegen empfinden wir scham oft als etwas negatives aber hier ist auch wieder ein positiver grund hinter der scham die scham sagt einfach wie kann mir gut miteinander funktionieren wir kennen das vielleicht auch wenn wir wenn wir scham fühlen dann wenn wir rot im gesicht zum beispiel und wir fangen an zu stottern obwohl wir eigentlich das bedürfnis haben ja bitte erdbogen verschlück mich und das ist ja eigentlich ganz spannend warum macht mein körper das mit mir wenn ich scham habe na ja die scham möchte oder die körperliche reaktion möchte dass ich gesehen werde damit andere menschen auf mich zukommen können und sagen hey du bist immer noch in ordnung wir können die vergeben das ist nicht so schlimm aber wir haben das leider verlernt was total schade ist beim daten wollen wir ja auch immer dass die anderen menschen uns sehen in unserem allerbesten licht und wir machen uns immer wahnsinnig viel gedanken wie du auch vorhin schon gesagt hast bin ich groß genug bin ich schlank genug bin ich witzig genug und da gibt es eine ganz tolle übung in deinem buch wie ich so ein bisschen mehr selbstliebe und selbstvertrauen erlangen kann kannst du die mal kurz beschreiben da geht es darum sich mal aus der perspektive der freunde vielleicht sehen wir alle kennen das also ich mir geht es zumindest so oder ging es lange so inzwischen ist da auch ein heilungsprozess zum glück eingegangen oder eingeschaltet dass man seinen freundinnen viel liebevoller entgegentritt wenn meine freundin mir sagt oh sitzen meine haare oder sehe ich gut aus findest du ich war da blöd aus welchen gründen auch immer dann schaue ich mir das mit ihr ganz ganz liebevoll an und sagt nicht nee du bist total der trottel wie kannst du denn nur aber das ist ja das was wir selbst mit uns ganz schnell machen wir verurteilen uns schnell und eine möglichkeit um das wirklich zu üben auch diese gedanken zu üben mit sich selbst liebevoll zu sein ist einmal entweder ein gespräch zu tun als würde ich mit mir sprechen als wie mit einer guten freundin oder tatsächlich auch ein brief ein brief den ich aus der perspektive einer liebevollen freundin an mich schreibe und diese übung habe ich tatsächlich aus dem selbst mitgefühl selbst mitgefühl ist also ich bin ein großer großer fan von selbst mitgefühl weil aktuelle forschung einfach zeigen was auch in unserem gehirn passiert in dem moment wo wir uns selbst mitgefühl geben hast du lust dass ich das ein bisschen ausführe ja erzähl mal also wenn wir wir kennen das vielleicht wenn wir wenn wir kritisiert werden dann fühlt sich das erst mal wie ein angriff an so ein bisschen stressig wird es in unserem körper und wir sind eigentlich direkt bereit entweder gegenzuschießen oder uns zurückzuziehen und sagen das will ich eigentlich nicht in unserem körper findet also ein flucht oder angriffsmodus der wird aktiviert unser gehirn kann allerdings nicht unterscheiden zwischen den worten die mir jemand anders sagt und den worten die ich mir selber sage und wenn ich mir also selber dauernd sage mensch das hast du aber doof gemacht oder du bist zu viel zu wenig zu falsch du bist nicht wichtig genug dann fühlt sich das an als würde die ganze zeit jemand anderes mich kritisieren schade das heißt wir wir bringen uns quasi selbst immer wieder in den eigenen stress was passiert aber wenn dir eine freundin sagt hey du siehst total gut aus oder ich glaube an dich und ich ich weiß dass du dass du eine ganz ganz tolle person bist das fühlt sich oder noch besser hey ich weiß das ist gerade eine schwierige situation du fühlst dich zurückgewiesen und ich kann es verstehen das ist ein doofes gefühl wenn meine freundin da eine sekunde mit mir bleibt und mir sagt hey es ist okay das zu fühlen und meine gefühle nicht weg redet dann merke ich für mich wow das das entspannt mich das beruhigt mich und und tatsächlich schüttet unser körper auch in diesem augenblick oxytocin aus also dieses kuschelhormon oder schwangere kenntnis von dem moment der geburt oxytocin lindert auch schmerzen und wir schaffen es dadurch in einen anderen modus zu kommen in den modus zu kommen in dem wir offener sind in dem wir eben nicht mehr alles als angriff werten sondern vielmehr freundlich auf die welt zu gehen können ich glaube das machen sich ganz viele menschen gar nicht bewusst dass du dein gehirn und eben auch deine emotionen eben wirklich so beeinflussen kannst oder auch trainieren kannst im grunde ist es ja nichts anderes denke ich mir manchmal wie wenn ich vokabeln lerne es funktioniert eben auch ich kann russisch japanisch finnisch lernen genauso kann ich auch wirklich durch training lernen mich selber lieb zu haben und gut in interaktion mit anderen zu treten oder total total meine therapeutin ja auch therapeutin haben therapeutinnen hat gesagt dass therapie eigentlich eine form von mentalem training ist wir lernen wir lernen in diesem zweier setting in so einem ganz meiner trauer platz lassen ich muss nicht immer positiv seh sein und die welt und immer sofort das gute sehen und da das einfach ganz liebevoll auszuprobieren ohne verurteilt zu werden das ist so als würden wir quasi im ich sag jetzt mal aus der hüfte geschossen in so einem planschbecken der emotionen mal schwimmen um zu schauen wie fühlt sich das an und dann im meer irgendwann auch tiefe tiefe tauchgänge zu machen jetzt haben wir so viel über über selbstliebe und über uns unser empfinden unsere emotionen gesprochen eigentlich geht es ja ums daten aber das ist wirklich die grundlage davon und dem wollen wir alle zusammen sein uns verlieben uns verbinden uns verlieren aber wir haben auch eben angst davor warum ist das so der mensch ist doch eigentlich ein beziehungstier also ich glaube wir menschen sind soziale wesen und ich klar und in dem moment in dem wir in einer in einer sicheren beziehung sind das können wir vielleicht dann geht alles leichter studien haben sogar gezeigt wir gehen anders mit schmerzen um wir können die die sind weniger intensiv und wir heilen auch besser beziehungsweise wenn wir uns unsicher fühlen in beziehungen dann haben wir kopfschmerzen bauchschmerzen wir liegen leichtelang wach also es hat natürlich einen gesundheitlichen effekt auf uns also abhängig davon sind wir in einer sicheren beziehung oder sind wir unglücklich in unserem beziehungsleben jeder wenn wir uns jetzt gefunden haben also eigentlich wollen wir uns doch nur verbinden und haben aber doch so eine angst davor also wir wollen zusammen sein und trotzdem ziehen wir uns zurück völlig verrückt ja und gleichzeitig total verständlich weil wir alle in beziehungen schon mal verletzt wurden also teilweise sind wir mit diesen verletzungen schon groß geworden so sehr dass wir glauben dass es total normal ist verletzt zu werden manipuliert zu werden ignoriert zu werden dass unsere emotionen nicht wahrgenommen werden teilweise wachsen wir damit schon auf und ganz oft wurden wir einfach schon mal verletzt das buch das ich geschrieben habe smartloving richtet sich gerade an an alle die schon mal in der liebe verletzt wurden weil wenn wir mal verletzt wurden dann haben wir natürlich angst auf der einen seite kann liebe sowas stärkendes sein aber sie konfrontiert uns auch mit unseren größten ängsten der angst wirklich nicht genug zu sein oder der angst wirklich verlassen zu werden wir haben teilweise auch ganz schlimme erfahrungen gemacht und wer heutzutage online date der weiß auch wie frustrierend das sein kann dann hat dann gaußt jemanden oder dann gibt dann gibt es bilder die unangebracht sind wo man das gefühl hat okay da geht da wird eine grenze überschritten oder das gefühl von zurückweisung all das sind natürlich schmerzhafte gefühle und deswegen kann ich erst mal total verstehen dass man da angst hat und gleichzeitig ist auch das eine entscheidung und das schöne wir kennen das wort courage mut das kommt eigentlich von dem lateinischen wort chor wie herz das heißt wir brauchen nicht mut um um uns zu verlieben sondern in der liebe ist eigentlich mut und das klingt vielleicht sehr philosophisch aber wir brauchen eben wir dürfen uns erlauben mutig zu sein uns mutig zu zeigen um uns zu verlieben ja und dazu brauchen wir ein gegenstück und das finden die meisten menschen heutzutage ja leider erst mal zumindest für die erste begegnung tatsächlich übers internet gerade in zeiten der pandemie darüber sprechen wir gleich jetzt machen wir erst mal unser kleines yin und yang auch dass du dich schon gefreut hast ich freue mich schon also ich gebe dir immer zwei begriffe du entscheidest dich für einen für den anderen keinen oder beide wie du möchtest also es geht natürlich ums dating und die erste frage ich habe es gerade gesagt es findet heutzutage viel digital statt aber was würdest du sagen lieber analog oder digital beides ich finde beides cool um ehrlich zu sein ich glaube beides hat seine vor und nachteile analog ist also das sind oft die schöneren geschichten klar aber wir können auch wunderbare romantische geschichten online erzählen wir menschen haben da fantastische fähigkeiten selbst geschichten zu schreiben also von dem her und vielleicht ist der begriff von online dating manchmal irreführend für mich ist und online apps oder dating apps eher wie so bars wo man jemanden kennenlernt und dann geht man aufs erste date ich meine wenn ich jetzt wäre jetzt nicht corona in der bar in der bar und will dort jemanden kennenlernen hätte ich jetzt auch nicht gesagt oh ich war heute beim offline dating und habe mir die leute angeschossen also ich würde sagen ich war in der bar und habe da die und die person kennengelernt und jetzt gehe ich auf mein date stimmt eigentlich eine coole rangehensweise und stichwort cocktail war wenn es doch mal analog passiert dann wenn ich mich treffe cocktail trinken gehen oder kaffee trinken kaffee trinken ich mag kaffee richtig richtig gerne weil ich diese wärme mag und das für mich so etwas entschleunigt das hat und ich mag es auch aber das ist meine persönliche meinung wenn meine sinne ganz klar sind macht glaube ich sinn wenn man was langfristig ist stichwort langfristig ist glaube ich auch der tenor bei der nächsten beim nächsten paar wenn digital tinder oder paarship bumble okay ja im bambel ist ja diese app glaube ich da können nur die frauen den ersten schritt machen oder genau das ist die app wo also in heteronormativen beziehungen den ersten schritt machen können und ich also zum einen finde ich spannend weil die gründerin eine sie eine frau war zum anderen ist es tatsächlich so dass ich das cool finde dass es eine plattform gibt die unterstützt dass frauen den ersten schritt machen gerade weil man in anderen kontexten oft hört dass eine frau gejagt in anfang strechen werden muss darüber könnten wir auch könnten wir auch so noch mal sprechen warum ich das problematisch finde und das dritte ist ich habe also zum beispiel habe ich einen artikel über bumble gelesen die wo es heißt fat shaming wird darf gemeldet werden und ich glaube dass können ganz viele personen beim online dating teilweise dass wenn man nicht die passende figur hat dass man auch sehr sehr obszöne kommentare bekommt und dass da eine eine app sagt okay wie ein übernehmen der verantwortung finde ich super auf jeden fall wenn es passt scharon zu mir oder zu dir wenn es passt zu mir oder zu dir spannende frage ich würde glaube ich eher zu der anderen person gehen weil ich es so spannend finde die an also zu sehen wie sie wie lebt die andere person das erzählt ja oft ganz viel und weil ich immer die möglichkeit habe zu gehen also das klingt also ich meine das ist total bescheuert und ich weiß es geht um öffne dein herz fühl dich wohl sei mutig aber gleichzeitig ist auch ein wichtiger punkt einfach sich sicher wirklich zu fühlen und ich wünschte mir wären wir wären in einer anderen zeit heutzutage aber auch das darf beachtet werden und das ist keine kritik an der männer also an den männern im allgemeinen als vielmehr ein beim fahrrad fand sich ja auch ein helm auf guter vergleich du hast sowieso immer so schöne metaphern charon auch in deinem buch ich liebe es jetzt im jahr 20 22 ja ich bin auch ich bin sehr großer fan von metaphern eine fällt mir gerade ein eine beziehung zu ändern oder oder das leben ist wie ein regal aufbauen manchmal reichen nur zwei handgriffe und schon steht es wieder gerade da also man muss bei dieser metapher aber diesem vielleicht vielleicht sagen ich bin umgezogen mit meiner praxis habe mir ein wunderschönes regal bestellt und das war ein vintage egal das heißt es kam in bestimmten einzelteilen und ich dachte super selbst ist die frau ich baue das auf und es hat nicht funktioniert also es sah einfach so schief aus einfach so schief aus und da habe ich den händler angerufen oh gott vielleicht hat er mir die falschen teile zugeschickt und schon in meinem kopf katastrophisiert wie man das so macht und dann hat er mir gesagt hey zwei griffe und dann wusste ich ah okay so muss ich es machen und dann hat es funktioniert und das gleiche gilt tatsächlich auch für beziehungen oder auch für empathie manchmal erlebe ich das bei dem paaren bei mir in der praxis wenn dann eine person eigentlich schon empathisch ist aber nicht genau weiß wie sie es ausdrücken kann und sich sonst eher zurückzieht oder vielleicht eher gute ratschläge gibt in dem moment wo sie sieht okay wie kann das auch aussehen die meisten leute sind wahnsinnig intelligent und merken sich das ist es so ein aha so funktioniert es und dann kann sie das mit ihrer partnerin im partner auch machen und das ist super super schön das freut mich immer total sehr sehr schöne metapher jetzt habe ich noch ein kurzes paar exklusiv oder offen oder eigentlich meine ich damit freiheit oder verbundenheit beides beides ja und ich glaube auch wird dass wir beides brauchen freiheit heißt ja nicht immer wir öffnen die beziehung freiheit ist also wenn ich das bedürfnis nach freiheit habe dann ist das eigentlich das bedürfnis danach mein leben selbst bestimmen zu dürfen und ich glaube dass es absolut verständlich und wenn ich wenn ich als partnerin als partner meinem herzen menschen immer vor schreibe wann er zuhause sein muss wann er seine freunde sehen darf wann er bitte wann er bitte die sachen abspült auf welche art und weise er sie abspült weil das mein kontroll bedürfnis ist dann dann nehme ich der anderen person eigentlich ihr ihr bedürfnis sie selbst zu sein und das ist natürlich schmerzhaft freiheit heißt also nicht automatisch du darfst und musst mit 3000 anderen menschen schlafen zumal es darum in offenem team ja auch nicht immer geht und bei verbundenheit geht es ja auch nicht darum 24 stunden am tag miteinander zu verbringen jeden noch so kleinen gedanken mit der anderen person zu teilen und ständig im körperkontakt verbundenheit kann auch sein ich sehe dich auf der anderen seite des raumes und ich weiß du denkst an mich und ich denke an dich du hast ja auch so einen schönen satz geschrieben die größte freiheit ist es zu bleiben das finde ich auch ganz gut total also ich weiß nicht was deine erfahrungen beim dating sind aber manchmal fühlt es sich so hat man fast den zwang noch andere leute nebenbei zu daten oder weiter zu suchen auf der suche nach irgendeinem diffusen vielleicht kommt noch was besseres und dann zu sagen nein meine freiheit ist auch sich gegen diesen ich sag mal kommerz an menschen zu entscheiden und zu sagen ich bleib das fühlt sich sehr sehr schön an insgesamt lieben ist also eine beziehung jede beziehung ist eine entscheidung und wenn ich das für mich begriffen habe und auch noch keine ahnung nach 15 20 jahren tatsächlich weiß ich entscheide mich ganz bewusst für dich dann nimmt das glaube ich ganz viel groll und es schafft ganz viel dankbarkeit kann ich bestätigen meine dating erfahrungen halten sich sehr in grenzen denn ich entscheide mich schon seit sehr sehr langer zeit für denselben jahr und wie macht das klingt total schön ja aber nein du sagst das ist eine herausforderung und es ist immer wieder eine neue entscheidung und ja die dynamik muss stimmen ja das war schon das yin und yang und stich wird dynamik jeder ist anders jeder ist ein bestimmter typ mensch ein hat ein hat bestimmte muster vorstellungen von beziehungen vorstellungen davon wie er in die interaktion treten will und da listest du ja wunderbar auf vier verschiedene beziehungstypen ist es wirklich so dass sich jeder da so einordnen kann und kannst du mal kurz sagen welche diese beziehungstypen sind also es gibt die beziehung den beziehungstyp rebel leader artist und healer bevor ich da tiefer reingehe sage ich vielleicht kurz ein bisschen woher das kommt ja diese typen kommen von der bindungstheorie und die bindungstheorie gibt es seit mitte des letzten jahrhunderts und in der zwischenzeit wurde sie immer und immer wieder in beziehungen und in studien bestätigt sowohl von paar therapeutinnen als auch wirklich dann im labor sage ich mal sein studien und was das spannende ist oder der hintergrund der studie war dass bobby herausgefunden hat oh kinder die sicher gebunden sind die heilen besser aber kinder und jugendpsychiater hat im klinikum gearbeitet hat gemerkt da werden manchmal kinder für eine woche gelassen und sind dann quasi alleine am heilen aber jene kinder die ein gutes gefühl hatten die abgeholt wurden die sicher waren den ging es besser dann haben gab es in in weiteren studien wurde herausgefunden okay es gibt kinder die sind unsicher gebunden unsicher im sinne von vermeiden das heißt die haben sich dann zurückgezogen wenn die mutter aus dem raum gegangen ist haben die sind die eher apathisch geworden haben sich zurückgezogen haben aber auch ihre gefühle irgendwann nicht mehr gezeigt wenn die mutter aber gekommen ist dann sind sie trotzdem distanziert geblieben und es gab ängstliche kinder kinder die dann geklammert haben lange geschrien haben laut waren aber auch diese kinder selbst wenn die mutter gekommen sind konnten sich nicht wirklich beruhigen und die beziehungs der also beziehungsforscher dann aber auch paar therapeutin so johnson hat dann in ihrer arbeit mit paaren festgestellt wow die themen die da immer wieder hochkommen das sind eigentlich themen die auch aus dieser bindungstheorie immer wieder hochkommen und arbeitet seit seitdem mit der bindungstheorie in ihren vor also mit dem paaren und das hat so positive effekte und zu der zweiten frage menschen können im bindungstyp ändern wir ändern den auch in verbindung mit anderen menschen durch unsere beziehungs erfahrungen aber trotzdem hilft dass diese diese klassifikation um sich selbst einmal zu verstehen wenn ich zum beispiel ein leader bin dann habe ich nach dem medizinischen termen einen ängstlichen bindungsstil das heißt in dem augenblick wo ich das gefühl habe wow hier ist verlust die person geht auf abstand dann reagiert mein nervensystem und ich bin im stress und dann fange ich vielleicht an keine ahnung viel zu schreiben forderungen zu stellen dann sage ich vielleicht warum meldest du dich nicht gleichzeitig verzei ich dir aber auch wahnsinnig schnell hauptsache du bist da auch wenn du wirklich schlimme sachen gemacht hast und ich erlebe leader als person die 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 romantischsten beziehungsgeschichten schreiben können die sind total herzlich vergeben liebevoll aber eben wenn sie in ihrem nervensystem getriggert werden wenn sie angst haben dann versuchen sie zu klammern und sich festzuhalten weil sie das wirklich wirklich beunruhigt und dann gibt es das pandor dazu das sind rebels rebels haben dann in anführungsstrichen vermeiden stil ich erlebe rebels als menschen die sind oft total die freigeister sind menschen die reisen um die welt und sind auf dem so in so karriere entscheidungen oder wo lebe ich total total mutig deswegen bin ich mir mit dem begriff vermeiden ziemlich unsicher ich finde nicht gut gleichzeitig bei engen beziehungen haben die gelernt das erdrückt mich da kommen dann vielleicht erwartungen auf mich zu oder ich muss dich dann glücklich machen da ist kein platz für meine für meine wünsche oder auch ich habe angst dass du mich dann doch am ende verlässt was ist wenn ich mich jetzt auf dich einlässt und dann gehst du und die neigen eher zu zu mauern zum beispiel oder sich zurückzuziehen oder keine gefühle zuzulassen würde das denn dann bedeuten dass ein leader unten rebel niemals zusammenkommen können also die können gut zusammen sein die haben sogar fast so eine magische anziehungskraft aber in dem augenblick wo also wenn die sich sehen das kennt vielleicht die ein oder andere ist das so da passiert was was ich kenne das fühlt sich irgendwie an vertraut und trotzdem aufregend und magisch und die können sehr sehr ich sag mal klebe den teufelskreis geraten weil in dem augenblick wo der rebel auf abstand geht fängt dann der leader oft an zu klammern aber umso mehr dann der leader klammert umso mehr geht der rebel auf abstand und es zieht sich immer so weiter bis dann irgendwann der leader sagt okay ich gebe auf aber sobald der leader aufgibt sagt der rebel jetzt ist aber wieder gut und geht wieder zu und sobald dann der rebel auf ihn zugeht auf den leader denkt sich der leader der kann ja da geht ja was und zack geht's wieder los das klingt jetzt total anstrengend aber eigentlich ist es ja auch genau dafür da diese kategorisierung dass ich auch sage hey genau so bin ich und das ist vielleicht auch okay und wenn ich diese muster kenne dann kann ich die auch viel gelassener irgendwie akzeptieren und damit umgehen total also man ist dann gelassen man merkt auch ich bin gar nicht so alleine ich gebe also man gibt es gibt dann auch natürlich alternativ strategien was kann ich stattdessen lernen wie kann ich wieder sicherheit in diese beziehungs dynamik reinbringen wenn weil das ist eigentlich das große ziel sich dass sich beide personen einfach sicher fühlen weil wenn wir uns sicher fühlen dann ist das dann sind wir oft die besseren version unserer selbst zumindest geht es mir so in dem augenblick wo ich mich wohl fühle und angenommen und akzeptiert bin ich viel kreativer geduldiger gelassener friedlicher aber kaum dass ich merke dann neige ich zum also dann kann ich zum beispiel in die hyper anpassung gehen zum beispiel dann gibt es ja jetzt auch noch den artist und den healer und wenn man das von dem healer sich durchliest in deinem buch dann denkt man sich ja krass um das ist ja der ideale partner aber das ist ja wohl anscheinend der der auf der dating app und generell auf dem markt oft die schlechtesten chancen hat oder also tatsächlich also ich bin mir nicht sicher ob die ich habe keine aktuelle studie gefunden die das bestätigt aber erste studien haben gesagt dass eigentlich ein großteil von uns sicher gebunden ist ein großteil von uns ist eigentlich ein healer da muss man sich also muss man sich also keine großen gedanken machen ein großteil von uns ist erstmal sicher gebunden aber du hast gleichzeitig recht auf diesen dating plattformen sind die personen nicht besonders lange weil sie kein interesse haben ein spielchen und ist auch nicht sagen ich muss mich dreitausend mal ausprobieren oder jedes mal wenn du mir zu nahe kommst gehe ich auf abstand das sind menschen die sagen ich will die sichere ich will eine echte beziehung ich will eine tiefe und ich akzeptiere es auch wenn du deine anderen welche mag auch immer hast gleichzeitig was diesen diesen typ manchmal ein bisschen nachhängt ist dass er in anführungsstrichen zu nett ist das ist dann das ist total dramatisch eigentlich total traurig weil man dann sagt wow du bist eigentlich total perfekt du bist der mensch dem ein gutes gefühl gibt du gibst mir ein sicheres gefühl mit dir kann ich sein wie ich bin aber bei dir fehlt mir das drama als berühmtes beispiel bringst du da ja für alle die in den nuller jahren im sex in the city geguckt haben wo sehr sehr viele männer den weg der protagonistinnen gekreuzt haben aiden also der einfach immer sehr sehr gut war aber es hat einfach nicht geklappt es hat einfach und das ist total schade aber ich glaube auch tatsächlich unsere medien sind also ich meine nicht die medienlandschaft in ihrer komplexität und trotzdem die bilder die wir oft sehen die serien und filme da braucht es ein bisschen mehr action und da gibt es natürlich mehr action zwischen der konstellation zwischen liedern rebels und artist als mit einer person die dich akzeptiert und so annimmt wie du bist wo ist das drama ja und vielleicht wollen ja manche im privatleben auch gerne drama haben die meisten aber die wollen sicherheit aber da finde ich ist auch ganz wichtig und das sagst du ja auch die perfekten kombinationen oder das perfekte was uns eben auch durch die medien so immer wieder gezeigt wird das gibt es nicht nee und das ist auch in ordnung ich glaube und da kann man bestimmt überschreiten aber für mich ist beziehung auch wachstum und die andere person umso näher mir jemand kommt umso näher sieht die natürlich auch die themen die bei mir vielleicht heilung brauchen auf abstand sieht alles perfekt aus wenn ich auf 50 meter etwas mehr anschaue dann sehe ich da die makeln nicht dann sieht die jede beziehung perfekt aus aber wenn mir jemand näher kommt dann sieht die person oder ist noch eine alte oder da ist ein alter glaubenssatz oder da ist eine strategie die eigentlich gar nicht mehr so sinnvoll ist die hatte vielleicht einen guten zweck aber jetzt in den dreißigern in den vierzigern könnte man ja was neues lernen und das ist in ordnung jetzt sagst du ja auch dating ist wie eine stadt in der man sich erst zurecht finden diese metaphern die finde ich toll aber was genau heißt das also ich bin erst mal so geschmeichelt und freue mich so weil man wenn man ein buch rausgibt man macht sich ja auch ein bisschen verletzlich und man teilt was einem eigenen kopf stattfindet und deswegen freut mich das so unglaublich dass dir das gefällt und wir uns dann so verbunden fühlen mega cool okay gut also jetzt der betapel mit der stadt das fängt damit an dass wir wenn wir in einer fremden stadt sind oder vielleicht sogar in einem anderen land dann sind da auch oft unterschiedliche verkehrssysteme also jetzt haben deutschland wahrscheinlich ob in münchen oder berlin ziemlich ähnlich aber wenn ich jetzt zum beispiel nach großbritannien gehe nach london dann habe ich plötzlich links verkehr oder vielleicht sehen manche schilder anders aus und wenn ich diese schilder aber nicht deuten kann dann kommt es ziemlich ziemlich schnell zu einem umfall jetzt ist die frage was ist denn unser verkehrsleitsystem was gibt uns denn orientierung bei einer anderen person und das sind für uns emotionen das was wir an emotionen zeigen und wenn zum beispiel du mir zeigen würdest keine ahnung wut dann wüsste ich entweder langsam fahren statt oder sogar umdrehen wenn du mir jetzt aber trauer zeigen würdest dann wüsste ich okay hier muss ich langsam fahren damit ich und ich muss vorsichtig sein das ist ein sensibles thema damit da nichts passiert offensichtlich ist hier irgendwas wenn du mir aber jetzt keine ahnung ein zeichen zeigst wie komm auf mich zu freude also eine grüne ampel aber eigentlich ist dahinter eine ganz schön große wut weil du auf irgendwas noch sauer von mir bist dann gibt es ein crash genauso wird aber ein crash geben wenn ich merke oh ist trauer hier ist das trauersignal aber ich gehe nicht darauf ein so dieses kennenlernen so wie funktioniert was das ist so der allererste stück sich auch darauf einlassen dass menschen emotionen sehr unterschiedlich zeigen ist total wichtig denn aktuelle forschung zeigen einfach so wie du wut zeigst wie ich zeige das kann sehr sehr unterschiedlich sein und das ist so dieser erste schritt und umso mehr ich mich in dieser anderen stadt zurecht finde umso mehr ich mich darauf einlasse umso mehr ich in der stadt interessiert bin und sagt oh wow schau mal wie schön da ist keine ahnung hier so ein kleines symbol und das kenne ich nicht oder dieser blumenladen ist total schön umso mehr ich mich darauf einlasse dieser diese andere stadt diese andere person kennenzulernen umso mehr verliebe ich mich und vielleicht kommt dann irgendwann dieser moment von jetzt bin ich hier echt zu hause und lass uns doch ins lieblings café gehen was funktioniert total schön und wir wissen wir haben eine gute zeit über heute ist es auch okay wenn wir einfach zu hause bleiben weil wir weil wir uns miteinander wohl fühlen und es ist trotzdem aufregend es ist ja auch beim dating wie du sagst manche brechen vielleicht zu früh ab bevor sie wirklich auch mal die kleinen nebengassen erkundet haben in dieser stadt was würdest du denn sagen weil viele menschen gehen ja dann auf ein date und nach fünf minuten denkt man sich nein oder gleich beim ersten blick sieht ganz anders aus als er es beschrieben hat oder irgendwas stört mich dann weil ich solche vorstellungen schon aufgebaut habe durch den chat und durch die bilder die ich im internet gesehen habe da wäre es eigentlich wahrscheinlich verlorene liebesmühle wenn ich wirklich sofort umdrehe und gehe sondern könnte ich mich eigentlich doch auch mal kurz einlassen also was du sagst ich glaube das kennen ganz viele gerade weil wir uns manchmal beim online daten masken überziehen von das kann unser aussehen sein aber es können auch andere charaktereigenschaften sein fühlt sich das erst mal nach enttäuschung an ich habe mich schon so gefreut auf dieses date und jetzt bist du ganz anders und das kann ich verstehen das ist im ersten augenblick ein gefühl von enttäuschung und das gefühl ich habe zeit verschwendet und wenn wir dann tiefer ins gefühl reingehen dann oder für mich ist es dann zumindest oft so ein gedanken gefahren ist okay dass ich das ich hatte da hohe erwartung aber ist stimmt das denn stimmt es denn dass jetzt meine erwartungen nicht erfüllt werden stimmt es denn dass das jetzt eine zeitverschwendung ist oder will ich mich nicht darauf einlassen denn ganz im ernst selbst wenn ich da jetzt hingehe und merke du siehst nicht so aus wie es gedacht habe vielleicht merke ich wo die person hat dafür eine eigenschaft die ich richtig attraktiv finde und das ist eigentlich etwas was ich langfristig auch in der beziehung suche oder ich merke da hatte ich meinen eigenen glaubenssatz da hatte ich irgendwie ein gedanken so und so muss beziehungen sein oder ein date laufen und erlebt plötzlich was ganz anderes und selbst wenn ich merke oh mein erstes gefühl war schlecht und es hat sich bewerkstelligt selbst das ist ein learning ich bin damit ja trotzdem meinem ziel näher gekommen weil ich dann gelernt habe okay vielleicht will ich das nächste mal beim online dating ein bisschen genauer nachfragen oder ich ich setze einen schritt dazwischen wie wir telefonieren erstmal aber wir zoomen erstmal weil dann bestimmte also weil ich dann schon mal merke okay wir können uns unterhalten oder so und das ist auch ein learning aus jedem date muss ja nicht sofort eine beziehung werden aber woran merke ich überhaupt dass ich dann eine beziehung habe ich glaube das ist die one million dollar frage wann bin ich denn heutzutage zusammen und früher war es so einfach da hat man sich geküsst und dann war man zusammen und dann gab es so zettelchen und dann war das total easy in meinem buch gebe ich ein paar fragen mit ob man sich sicher miteinander fühlt ich glaube in dem augenblick wo es sich für beide gut anfühlt und in dem beide sich authentisch zeigen können ist eigentlich die frage also liegt die frage auf dem serviertablett also wenn wenn ich zum beispiel beim essen bin und einfach und es mir so gut schmeckt dann ist es so für mich so selbstverständlich das mit der anderen person zu teilen zu sagen willst du auch probieren schmeckt es dir auch so gut wollen wir uns noch mal hingehen und ich wünsche mir sehr für uns in beziehungen dass es auch diesen moment gibt wo wir sagen okay es ist authentisch so 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 schön und ich merke dass das mit uns was so schönes ist und sowas ehrlich ist und sowas authentisches dass die frage sich geradezu anbietet dass wir daran dass wir da ja den nächsten schritt wagen und wenn ich merke okay es gibt noch punkte wo ich unsicher bin oder die andere person unsicher ist dann ist das auch kein problem dann ist eher die frage können wir können wir der sicherheit schaffen und wenn nicht dann war es trotzdem also dann finde ich ist es trotzdem immer schön weil man merkt okay man ist noch fähig zu gefühlen das klingt auch so ein bisschen als wäre so gelassenheit und einfach auch mal ein bisschen durchatmen auch ein ziel was wir in sachen dating und beziehungs bindungs welt lernen müssten was wäre denn deine vision wahrscheinlich beinhaltet dass das auch als paartherapeutin als partnerin als liebende für die zukunft wie sieht in deinen augen die perfekte dating beziehungs anbahnungs welt da draußen aus super schöne frage wenn ich mir wenn ich mir was wünschen dürfte dann würde ich mir wünschen dass wir einen gemeinsamen trend starten dass wir uns erlauben immer mehr zu zeigen und auch lernen andere menschen in ihrer einzigartigkeit zu akzeptieren dann sachen wie tinder oder wie auch bumble oder parship diese ganzen online dating plattform hat sich ja niemand die gedanken macht wie machen wir partnersuche möglichst katastrophal für alle es sind das sind ja wir die die dann plötzlich diese plattform dafür nutzen einfach unterzutauchen oder ein anderes bild von uns zu suggerieren und da wieder mehr verantwortung fürs eigene handeln und tun und sein zu übernehmen zu sagen okay das fühlt sich zwar gruselig an ein bild von mir rein zu setzen was nicht retuschiert ist oder wirklich zu sagen was was mich ausmacht oder wirklich zu sagen hey ich habe gefühle für dich ich kann es so verstehen dass wir dass das erstmal ganz schön herzklopfen macht klar aber ich glaube wir würden davon so viel mehr profitieren selbst wenn wir einmal auf die schnauze fallen weil wir damit insgesamt eine andere dating landschaft kreieren weil wir dann insgesamt weil wenn ich merke okay das sind viel viel mehr menschen die sich auch zeigen dann ist ja viel viel größer viel größer die wahrscheinlichkeit dass ich dich wirklich erkenne und dass wir dann auch in beziehungen sind in dem wir uns erlauben uns zu zeigen und zu sehen macht so viel sinn und vielleicht hast du da noch zwei ganz konkrete tipps zum ende dieses gesprächs an jeder hand einem heute schon starten können besser daten glücklichere beziehungen vielleicht was ganz konkretes vielleicht eine reflexionsfrage einmal die frage mit wem oder wo habe ich mich denn wirklich sicher gefühlt damals sind in sich hinein zu verordnen so wer war ich da wie hat sich das angefühlt und mal zu merken okay ich habe dieses gefühl schon mal erlebt und das ist eigentlich das wonach ich suche wenn manchmal wenn man nicht weiß wonach man sucht dann ist das schwer aber wenn man merkt okay ich hatte das schon mal und wenn es in der freundschaft war dann kann uns das macht es auch wieder lust das mehr zu spüren und das zweite ist mit sich selbst mit fühlen zu sein mit sich selbst mit einer guten freundin zu sprechen selbst bei schwierigen emotionen zu sagen das ist total okay und wahrscheinlich ist es sogar logisch dass du so fühlst erklär mir warum das gerade so ist weil dann fühlt sich also das sind das sind ich weiß das ist jetzt nicht so konkret so weil sich bei fünf baiting plattformen an und dann wird es schon aber aber ich für mich ist das ist es die basis und selbst mitgefühl muss auch nicht total zart und sanft wie bei mir sein selbst mitgefühl kann auch sowas sein wie eine coole freundin die sagt hey ich glaube an dich geil dann ist halt deine trauer hau raus darf genauso sein das ist ein wunderschönes bild und ein wunderschöner tipp ich danke dir charon sehr für dieses gespräch und ich hoffe wirklich dass wir uns alle ein bisschen mehr authentischer zeigen denn wenn es alle machen dann kann es nur gut sein ich danke dir ich danke dir so ein schönes interview danke dir auch allen fürs zuhören so schön das war fangen wir an ideen für ein besseres morgen wenn ihr neugierig geworden seid und lust habt auf mehr das buch von dr charon brehm heißt smart loving wie wir echte liebe finden und es ist bei südwest erschienen ich bin christina deininger und ich freue mich dass ihr dabei wart ich hoffe ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an was in eurem heute für unser aller zukunft zu verändern fühlt eure emotionen seid authentischer tanzt zu eurer ganz eigenen playlist und verbindet euch mit anderen ohne erwartungen seid neugierig und offen dann matcht es auch irgendwann wir freuen uns über eure rückmeldung am meisten natürlich über eine bewertung auf der podcast plattform eurer wahl oder per mail an podcast at penguin random house.de und jetzt abonnieren und keine folge mehr verpassen fangen wir an und damit ihr die zeit bis zur nächsten folge gut überbrücken könnt haben wir jetzt auch noch einen podcast tipp für euch hört mal rein hallo ich bin yvonne in meinem podcast ideen für eine bessere welt geht es nicht nur um nachhaltigkeit und gemeinschaftsgefühl sondern auch um die ganz große frage danach wie wir mit kleinen taten großes bewirken können dazu spreche ich mit meinen gästen über spannende projekte und suche nach anregungen für einen bewussteren lebensstil am besten du hörst selbst mal rein ideen für eine bessere welt auf audio now und überall wo es podcast gibt viel spaß